Das Pack zu Waschkonzentrat eignet sich ideal zum Entfernen von Verschmutzungen aus der Arbeitskleidung. Die betroffenen Stellen werden einfach vor dem Waschen mit dem hochkonzentrierten Fettlöser eingerieben. In Küchen, Gaststätten und auf Fahrzeugoberflächen findet das Pack zu Waschkonzentrat ebenfalls Verwendung. Es wäscht Öl und Schmutz optimal heraus. Für hartnäckige Flecken weichen Sie den Stoff alternativ vor dem Waschen in einer Pack zu leusen Prämie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020